Yo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge. Schön um sich laufen. Du hast dich gerade am Anfang teleportiert. Hab ich auch. Ja, wir waren gerade schon reingedjoint und ganz kurz standen wir hier, zack, und dann wurden wir aus dem Server gekickt. Irgendein Fehler. What the fuck, ich kann die Kiste nicht öffnen. Oh bitte, was ist denn jetzt? Kara? Ähm, das geht. Hörst du mich? Ja, ich hör dich. Hörst du mich? What the fuck, Chatnachricht konnte nicht zugestellt werden. Bitte Protokolldateien des Servers prüfen. Scheiße, was geht da? Oh, ich auch. Fuck. Warte, geh nochmal drauf, er ist noch online. Ja, ich geh drauf. Scheiße. Verbindung mit dem Server wird hergestellt. Ich bin Dirk fähigeschlagen. Scheiße. So, da sind wir wieder. Der Server hat wieder gestartet. Wir sind wieder am Anfang. Mein Laptop wird drauf. Okay, ich kann die Kiste öffnen, das ging vorher nicht. Mein Laptop wird laut, habe ich gesagt. Dein Laptop wird laut. Ich glaube, es funktioniert jetzt. Ja. Alter, war das creepy. Ich hatte gerade so Angst, dass die, äh, dass der Server die Datei, äh, dass irgendwas kaputt ist. Ich hab, er macht ja automatisch Backups. Ich hab vorhin, ich hab gerade gegoogelt. Warum schlafen wir nicht? Hallo. Okay. Ähm. Ich hab vorhin gegoogelt und das passiert eben ganz selten, dass der Server irgendwie overloaded ist. Überladen. Ja. Und, äh, das sollte aber nur für ein paar Minuten sein. Deswegen, Gott sei Dank war das jetzt eine reine Server... Eine reine Serversache und nichts Schlimmes. Alter Vater. Ich hab mir die Welt aber, glaube ich, gerade nochmal als SIP-Datei gespeichert. Weil, also, die Welt jetzt zu verlieren, das wäre jetzt echt kacke. Richtig kacke. Ich hätte geschrien, glaube ich. Das wäre richtig, richtig böse, ja. Wüsste ich auch nicht, was wir dann jetzt, äh, gemacht hätten. Vermutlich immer die Welt angefangen. Ja, klar, aber übel. Äh, neue, neuer Tag, neue Folge. Hallo, Kara. Hi. Was ist das für ein Geräusch und woher kommt das? Vermutlich ein Endermann. Ja, dann töte ihn mal. Ne, der ist aber in der Höhle, der ist hinter der Tür, der ist da relativ sicher. Wobei, wir haben ja... Ja. Mach ihn weg. Los, in meinem Haus, mach ihn weg. Der ist nicht in unserem Haus. Ich hab gesagt, du bist der Mann im Haus, mach ihn weg. Alter, bist du hohl? Ne. Ja. Bist schon? Hm. Da kannst du nix sagen, dass du nicht hohl bist, das freut mich. Ich hab immer noch Angst, dass du jetzt irgendwie Absturz, Alter. Ja, jetzt geht's. Aber es geht, es geht, es geht. Okay. Boah, so ist es, das krieg ich immer in Panik. Ach, wir haben übrigens... Ja. Wo ist das Name-Tag? Äh, bei Random Stuff. Gut. Weil ich hab jetzt nämlich was ganz Tolles gebaut. Ich hab was ganz Tolles gemacht, Schatz. Okay. Was? Ich hab einen... Einen... Ach, sie selbst. Einen was? Ich hab was gebaut. Jetzt bräuchte ich das Name-Tag. Und wo ist das? Das ist dort, wo unsere Ölfen stehen. Okay. Mal gucken. Plan für heute. Was ist der Plan? Haben wir einen Plan? Milli oder Molly? Äh... Was gefällt dir besser? Weder noch... Milli. Milli Vanilli. Nee, äh... Chili... Alles Chili Vanilli, oder? Alter. Milli oder Molly? Immer noch Milli. Okay. Mit Y oder mit I? Mit X. Ja, sag. Kaka, ich weiß nicht, was du von mir willst, Alter. Nervt mich nicht. Ich will da nicht. So, erstmal fast ein Stack Eichenholz. Alter, hast du einen Amboss? Du hast einen Amboss? Guck auf die Kuh. Aber warum glänzt der? Auf die Kuh? Guck auf die Kuh. Ich wieder. Reparieren, benennen. Das ist ein Amboss, ne? Ja. Du kannst auch dein Schwert benennen. Oder dein... Ja, kein Bedarf. Hör auf, unsere Kohle zu verschwenden. Hab ich nicht. Hab ich nicht. Ich bringe sie raus. Das ist immer noch Holzkohle. Du hast gesagt, ich darf die Holzkohle verwenden, du Dovian. Ja, aber doch nicht für Cobblestone, bitte. Das ist meine Holzkohle. Hör auf, Cleanstone zu machen. Wofür auch immer. Du hast keine Rüstung mehr. Ja, aber du hast kaputt gemacht, hast du Arschloch. Alter. Und einfach meine Kohle. Ja, ich mache neue Full Iron für uns, ne? Schau mal. Mhm. Und die verzauber ich dann auch gleich. Wie viel Level hast du? Äh, 16. Ja, okay. Whack. So, was ist der Plan heute, Kaka? Der Plan ist von mir, noch mehr Stuff ranzuholen in der Höhle. Mhm. Ja. Also nochmal, nochmal runtergehen? Also ich gehe auf jeden Fall runter. Weiß nicht, was du machen. Du kannst gerne mitkommen. Wäre eigentlich gar nicht schlecht, ja. Also ich habe dabei ein Crafting Table, drei Eisen, nochmal Sticks, Holz. Das, äh, das lasse ich jetzt. Wer hat gefragt eigentlich? Deine Mutter. Hm. Nee. Nicht, dass ich wüsste. Ja, du weißt nie irgendwas. Ist gut. Och. Warum denn so assi, hä? Weil du die Fresse halten sollst jetzt mal. Du kleiner Pisser, hä? Sack des Risse. Sack des Risse, genau. Sack der Fresse zu mir. Sack die Kresse. Kresse. Warte mal, du hast doch, äh, Probleme, ne? Was für Probleme? Ja, viele. Ja, dich. Nee, ich wollte, ich wollte gerade, äh, ich hab, ich hänge gerade. Ähm. Nicht. Das ist aber nett. So. Keine Schutz. Hätte sie Milli Vanillie nennen sollen. Schutz. Schutz. Schmutz. Tschüss. Geiles Geräusch. Warte doch. Schmutz. Warum kriegt der scheiß Helm keinen Schutz? Schutz. Schutz. Wie viel Eisen hast du dabei? Nix. Okay, ich hab was dabei. Gerade hab ich drei. Ich hab neun, ich hab zwölf jetzt dabei, falls wir das nachmachen müssen. Ja. Was ist nochmal Wasseraffinität? Ich hör den, äh, Enderman. Sehr nah. Ja, aber komm nicht an mich ran. Wo bist du gerade? Bist du in der Höhle schon? Ja. Alter, das ist laut. Creepy. Ich mach, keine Ahnung, Wasseraffinität, keine Ahnung. Ja. Oh, aber Schutz ist dazugekommen. Geil. Boah, der eine Helm hat Schutz, Wasseraffinität und Haltbarkeit bekommen. Ja. Das ist cool. Look at that. So, deine verzauber... Ja, schön. Hast du den gekillt? Ja. Okay. Verzauberte Ironrüstung. Wieso gibst du mir das? Du weißt, dass ich mich sowieso in Völfilo wieder kille. Nein. Ich werde... Ich hab ja noch alte... Ich... Ja, aber ich... Ja. Ja, ich leg die mal ab. Nehme ich auch ganz frische. Schutz. 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 Wasseraffinität. Haltbarkeit. Mein Henner hat drei Sachen. Haltbarkeit und Wasseraffinität. Ja, ja. Du hast diesen Ultra-Helm. Du hast den Ender-Planer hier. Geil. So. Ich geh nämlich auch mit runter. Okay. Nöne, komm. Ja, warte doch kurz. Kannst du ganz kurz... Kacken. Oh, du hast grad nichts gesehen. Habt du das gemacht? Hab's so gemacht. Nein, doch... Wieso? Sag doch einfach, was du gemacht hast. Den Kuss gegeben. Ihh. Spaß. Ich hab heute die Folge geschnitten, wo du da was Anstößiges am Bett gemacht hast, ne? Und ich hab überlegt, was ich damit... Wie ich das schneide. Dann hab ich so quasi... In einer Version das zensiert. Mhm. Aber man kann an der Stimme ja hören, was du machst. Deswegen hab ich mich entschieden, das einfach zu lassen. Einfach so drum zu lassen. So, wo bist du? Äh, in der Höhle. Okay. Weil ich steh zwar im Wort, ich schneid das nicht raus. Ja, aber manche Sachen musst du wirklich rauscutten. Manche Sachen, die wir gesagt haben, hab ich auch rausgekattet, ja. Hallo. Gib das zurück, was du eingesammeltest. Dankeschön. Ich hab den Stein eingesammelt, du Vollidiot. Du bist auch ein Vollidiot. Stirb. Du Basta, Alter. Piss dich. Okay. Also. Komm mit. Hast du Essen dabei genug? Du blitzerst. Ja, ich hab 60 Melonen, das war's. Ich hab 40 Fisch. Wow. Ja, ich hab viel Fisch gefarmt. Dann hab ich mir Fisch mitgenommen. Okay. Warte, lass mich den Weg. Lass mich den Weg. Lass mich. Lass mich. Ja, ich bin gespannt, der verläuft sich mit mir wieder. Warte kurz, ich muss hier abbauen. Junge. Achso. Ja, okay. Komm. Ist richtig, oder? Ja. Okay. Schön mir ins Gesicht schlagen, danke. Aufpassen, bitte. Hutsch dich. Okay. Ich renne hier jedes Mal runter, das ist mir so scheißegal. Das ist aber kritisch. Finde ich nicht. Das finde ich schon. So. Äh, suchen wir nach die Armanden. Nein, wir machen, ich mach da weiter, wo ich das letzte Mal aufgehört hab, wo ich's dann gelassen hab, nachdem du mich auf 5000 Mal... Oh, ich hab's nicht probiert, nein, nein. Hör auf jetzt! Alter! Lieg da runter. Nein. Tschüss. Tschüss. Gehen wir wieder da, wo wir das letzte Mal waren, wo's so... wo's so viele Mobs waren? Ja. Okay. Hey, das selber funktioniert. Nein. Zum Glück. Ich baue die Diorit ab. Ja, was braucht man hier? Hier machen wir so einen richtig, so einen Käsekeller. Käsekeller? Ja, hier lagern wir Käse. Ich will, Ken. Du willst kein was. Warte mal. Doch, du willst Käse. Warte mal was. Kann ich da rumfaschen? Und ist da... Ist da ein Loch? Mach keinen Kack, bitte. Okay, mach keinen Scheiß. Wie geil. Ich bin da unten. Ja, super. Glückwunsch. Hi. Hi. Ich bin hier durchgekommen. Komm mal mit. Ich treffe heute nicht so gut irgendwie. Warte. Von da oben halt. Egal. Ja, super, Kara. Freut mich für dich. Glückwunsch. Aber was ist du da für eine Zecke? Es ist doch kack, egal von wo du kommst, Alter. Ich hab eine Treppe, Punkt. Zecke. Nee. Doch. Nee. Ich bin grad so weit geflogen. Ja. Äh, wo ist die Treppe? In die andere Richtung. Hä? What the fuck? Wo ist die Treppe? Wir wollen runter. Ja, du musst nach da hinten rennen, du Trottel. Wohin? Was? Wo ist die Treppe? Nach unten. Nach unten. Hä? Wo? Hallo? Äh. Ja. Super. Schlau, Schlaumeier. Hier. Oder? Ja, hier. Weißt du? Weißt du, wenn du zu doof bist, um eine Treppe zu finden, dann denk erstmal an... Sagst du? Du hast es ja immer nicht gefunden. Ja und? Ich hab was ja noch nicht wirklich gesucht. Hast du Facken? Ja, 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 ja. Ist das so... Wie kann man denn so ein Arsch schreiben? Hauptsache kein Fehler, ne? Was kann ich für ein Licht machen? Ja, du machst nie Fehler. Warum spawnen hier immer noch Zombies? Scheiße. Wir brauchen auf jeden Fall Kohle. Ich hab Kohle dabei. Für Fackeln. Wie viele Fackeln hast du gerade? Keine. Keine? Ja. Chillig. Du, äh, äh, normale Kohle oder Holzkohle? Holzkohle. Kann man aus Holzkohle, äh, auch, äh, Fackeln machen? Ja, hab ich schon gesagt. Da schwimmt so, so ein Glowsquid oder was, wie das heißt. Ja. Das kann sein. Ist ja schön, die, die glänzen, äh, die, die wechseln die Farbe bei mir. Ja, die wechseln, glaub ich, so ein bisschen die Farbe. Krass. Hier mein Kunstwerk. Wird das schön, ja. Was? Was hast du hier gemacht, Schaust? Ja. Hast du dir auch mal angeschaut? Oh, da drunter ist Eisen. Ja? Ja. Weißt du, was es darstellen soll? Eine Säule. Ist das echt dumm, oder so? Nein. Ist das dein Ernst hier jetzt, oder? Ist das eine Säule? Ich weiß nicht, was das sonst darstimmt. Achso. Komm mal bitte her. Ich hab's gesehen. Ist gut. Wie lange brauchst du denn bitte? Ich dachte, du hast das letzte, äh, da, wo ich's gebaut hab, schon längst gecheckt. Du hast eine Säule gebaut. Ich fand das sehr schön. Ich baue einen mehr als eindeutigen Penis und du checkst das nicht. Wofür baue ich noch Penisse, Mann? Wenn ich mir schon die Mühe mache. Okay. Krass, man wird nicht aufgespießt auf den... Oh, doch! Wenn du weiter oben drauf fällst. Ha! Das reicht ja schon hier. Einen Punkt. Krass. Ja. Ja! Baus bitte ab, Bro! Wenn du schon so eine eckliche Kacke machst. So. Wir suchen jetzt den Weg. Welchen Weg? Babyzombie. Naja, da unten hin, wo wir das letzte Mal waren. Achso, das ist anders. So ganz anders, komm mit. Ja, wir müssen ja nicht genau da hin. Ich wäre ja nach da hinten, weil ich da hinten noch nicht war. Deswegen. Wo da hin? Ja, okay, wir gucken hier. Lapis Lezule. Lapis Lezule. Aua. What the fuck? Zum Beispiel, hier unten war ich nicht, da warst du nur du. Da ist was. Überlebe ich das hier? Überlebe ich das hier? Was? Den Sprung hier runter. Ähm, normalerweise schon mit der Rüstung, ja. Wie viel? Drei. Geh. Dann gehst du unten ein bisschen, ich bin hier oben ein bisschen. Das Ding ist, Kohle wird man hier wohl kaum finden auf der Höhe. Aber Kohle ist wichtig, Mann. Sehr wahrscheinlich, findest du ja keine Kohle. Ah, ich Idiot. Ja? Jetzt bin ich auch unten. Ach, das ist doch schön. Kommst du mich besuchen? Nein. Doch, natürlich. Wie? Nein. So ein Wichser. Hä, was bin ich? Ein Wichser. Danke. Immer doch. Ich seh dich. Na, du Bastard? Ich hab schon wieder einzeln gedrückt, ne? Was einzeln? Hüpfen. Alter. Geil. Fühl dich. Boah, das mit der Melone ist doch ein bisschen nervig, Alter. Sehr schön. Boah, wie das hier aussieht, schön. Ey, komm bitte her, wir machen Thumbnail. Ja, warte. Komm her, weil das sieht mit dem Shader sehr schön aus. Und zwar stellen wir uns hier hin. Mit der Melone. Her, schau bitte. Naja, in meine... Ja, genau. Okay. Fummel fertig, tschüss. Ja. Hier gibt's nicht viel. Ah doch, hier waren wir schon. Nee, weißt du, die Fackeln sind von Natur aus hier. Ach, wie dich. Naja. Lass mich doch hoffen haben. Hier haben wir so einen Streit gehabt, oder? War das hier? Ja, wegen dem Creeper. Ja, ich glaub schon. Genau, da hast du dich da versteckt in der Ritze da. Bitte? Bitte. Was soll ich sagen? Hier sitzt Stedrone. Was ist das? Redstone. Junge. Stedrone. Tja, du Knall. Ich hab keine Ahnung, was du willst. Doch, Knall. Ach Gott, ich wäre fast in Lava gelaufen. Super. So, ich will wieder da in die tiefste Tiefe der Tiefen tiefer. Wo wir das letzte Mal waren? Ja. Dann müssen wir... Okay. Wir machen das jetzt ganz gut. Komm mal her. Wir machen das jetzt ganz gut. Wo bist du? Ja. Vor deiner Nase, komm her. Ja. Ich muss alle zwei Minuten anhalten und in die Melonscheibe reindrücken. Okay. Stell dich mit drauf. Und spring. Das geht ja... Ja, als ob... Bro, ich kann mich aber selber hochbauen. Das zu schaffen wäre schon ein Akt. Warum müssen wir uns immer so hässlich hochbauen? So, und jetzt? Ich sehe nichts. Aua. Uh, das war ein Crit. Okay. Eineinhalb Herzen? Was willst du? Ja, es war trotzdem ein Crit. An sein. Ja, wer hat dir wohl diese Rüstung ermöglicht, ne? Mein Eisenabbaufieber. Ich habe auch sehr viel Eisen gebaut damals. Sehe ich nicht. Ah ja, genau. Da gibt es... Ja, genau. Diese wunderschöne Treppe. Sehr sicher. Sie ist toll, okay? Das ist die beschissenste Treppe, die es gibt. Du bist auch beschissen. Danke. Immer doch. Ich wollte da runter, wo ich jetzt... Nimmstens keine Frau. ...weggemacht hab. Hier? Ja. Ich wollte hier rein. Da ist doch bestimmt nichts mehr... Hä, das ist doch fackeln. Wow. Was ist das denn hier, Alter? Däge. Das ist geil. Aber bau nicht nach oben was ab. Da kann die ganze Decke einfallen. Ja. Gib mir das Eisen. Ich sammle Eisen. Hä, wie? Dir kann die Decke einfallen? Hier. Zumindest hier. Kies? Ja. Ähm, warte mal. Was soll ich dir geben? Eisen hier. Ja. Okay, ich baue mal nicht ab, ne? Also, ich sammle Eisen und... Oh, scheiße. Alles bricht ein. Scheiße. Was sammelst du? Du sammelst Eisen. Ja, aber wir werden ja nicht die ganze Zeit uns zu zweit aneinander kleben, oder? Oh, Kupfer und Gold sammle ich. Ja, das sammeln wir beide, Bro. So. Ich geh zum Lavasee. Mach das. Ich geh da weiter hinter. Hä, ich dachte... Ich dachte, hier war das, wo wir... Wo es so tief ging. Hä? Nein, das war hier. Nein, wir müssen erst hoch. Ja. Hier ist ja auch nochmal ein ganz neues Gebiet. Hier, Diamanten, Diamanten! Ja, dann müssen wir halt mit. Ich hab keine Fackeln mehr, dann, ne? Und ohne... Mit Schäder seh ich nichts. Bei den Diamanten? Zwei Dias. Ja. Dann komm zu mir, komm nach oben. Ich bin bei der Lava. Ich lauf gerade um die Lava rum. Da, wo wir uns drumherum gebaut haben? Mhm. Oh ja, da brauche ich mich dann wieder weiter. Weil ich dir was zeigen möchte. Weil ich dir hier nämlich was zeigen möchte. Mhm. So. Soll ich um die Lava wieder gehen, oder? Ja. Okay. Oh, das mit den Melonen, Alter. Wir haben letzte Folge... Äh, wir haben das letzte Mal vergessen, hier ein Thumbnail vom Lavasee zu machen. Müssen wir gleich machen. Okay. Kara, du kannst doch TH so gut, ne? Sag mal Thumbnail. Mann. Ach, du Kacke. Nico, guck mal. Ja. Wo bist du? Hier. Ich hab hier extra jetzt einen Fackelweg nach da hinten gebaut, weil dort können wir viel kürzer zurück. Ja. Komm. Das stimmt. Thumbnail. Fucken. Ja, und nicht unfahren. Oh, das war gar nicht schlecht. Du hast noch zwei, super. So, hergucken. Okay. Ich mach grad noch welche. Ich hab noch sieben Kohle. Holzkohle? Ja. Okay. Oh, dann baue ich mal hier... Dann gleich weiter um den See. Komm mal her. Ich hab einen Weg über die Lava mit Holz gemacht. So doof? Spaß. Ja, gib. Danke. Ich hab 30 Stück insgesamt, aber ich hab dir die Hälfte gegeben. 15, ja. So, hier ist Wasser. Willst du meinen riskanten Weg vom letzten Mal sehen? Nö. Was für einen riskanten Weg? Was kannst du? Hier unten, wo ich das, wo ich das, wo ich das, äh, die Diamanten abgebaut hab. Geht's da wieder runter? Ich seh's nicht. Äh, ja, nee. Hier ist überall Eisen. Was ist denn das hier, Alter? Ich seh's vom Shader nicht so gut, was hier... Ob's hier tief runter geht im Wasser, ich glaub schon. Ja. Okay. Hier unten kann ich atmen. Okay. Wie hier unten kannst du atmen? Also wenn du... Du siehst doch die Magma-Blöcke im Wasser, oder? Ja. In denen kannst du atmen. Ich kann in Lava atmen. Nein, auf den Magma-Blöcken. Die machen ja was Luftblasen. Und deswegen kannst du mit denen Luftblasen auffüllen. Das ist eh nicht so gut. Was hast du eigentlich für eine Spitzhacke? Eisen noch. Und Stein. Du kannst ja vielleicht ruhig eine Diaspitzhacke mal machen, ne? Ja, ist gut. Und ich hab eine, die in der Kiste ist. Okay. Da ist sie gut. Ja, aber in der Kiste bringt sie nicht so viel. Ja, und? Okay. Alter! Hm? Hier geht's überall runter. Tja. Das ist ne Hohle. Das auch wohl. Danke. Bitte. Mal wieder gerne. Das sehe ich als Kompliment. Ich weiß. Das ist so traurig. Richtig naiv. Ja. Das ist so traurig. Das ist so traurig. Hast du gesagt, ich bin Winnie-Pooh? Nein. Warum nicht? Weil du's nicht bist? Doch. Nein. Steht dir gar nicht zu, das zu beurteilen, ob ich's bin oder nicht? Ach man, du hast nicht geguckt. Ich weiß nicht mehr, wo du bist, was willst du? Im Wasser. Und jetzt guck, wie ich rausjumpe. Ich seh nichts. What the fuck? Hi. Hi. So. Eigentlich ist das jetzt gar nicht mal so produktiv, dass wir hier beide unten sind. Ja. Kannst du mir mal Stein geben? Ich hab nur noch tiefen Schiefer. Ja, ist er schon was her. Bitte. Vielen lieben Dank. Du freche Göre. Ich bin nicht frech. Jetzt baue ich hier dann einen Gang drumherum. Wenn ich jetzt aber dann hier diesen Gang gebaut habe, gehe ich, glaube ich, tatsächlich wieder hoch. Und, äh... Äh, guck nochmal wegen Strip-Mining. Habe ich jetzt eigentlich irgendeinen Gang nach unten für Strip-Mining hier in der Nähe gemacht? Nee. Nee, dann muss ich wieder zu der, zu der Höhle. Nee. Okay. Dann gehe ich da nämlich, äh, Strip-Mining. Das wird dann ultra langweilig für die Zuschauer. Uh, vier Closed-Goods. Okay. Kannst du töten. Dann kriegst du diesen blauen Sack. Diesen blauen? Ja. Ja. Ja, hol dir mal den Sack. Nee, danke. Fass den mal an oder dann bring ihn mit. Hier ist Gold. Oh. Ja, ne? Da ist er wieder am Start. Typisch, Frau. Weißt du? Gold. Zack. Magnet. So oberflächlich. Warte mal, da kommen wir her, ne? Warte, ich will den Abkürzung zeigen. Ja, ja. Stimmt, stimmt. Die schaffe ich. Sehr gut. Das ist Redstone. Wo ist der Drone? Ah, da ist. Und da ist Eisen. Ja. Daneben. Ja, ich will das, okay. No, heul halt. Kann ich mit dir dann die Abkürzung geben, oder ich will dir das zeigen? Ja, willst du auch hoch, oder? Ja, ich will kurz mal Zweig abladen und mal gucken. Okay. Naja, eigentlich, also, hier geht es ja eher um Diamanten und sowas und eigentlich, äh, ist ja jetzt erstmal Kohle und Eisen wichtiger. Wobei, da ganz hinter wollte ich schon nochmal gucken, weil da, da geht es ja noch voll weit. Ja. Und danach gehen wir zurück, nochmal die Abkürzung. Hier. So, Skelett, ups. Oh. Hey, er ist nicht explodiert, klar. Ich habe ihn nicht gesehen. Ja, aber er steht da im Gesicht. Wir pushen ihn einfach gegeneinander auf uns, so. Wir schubsen ihn so hin und her. Das ist aber voll dumm. Ich tue das auch so. Das ist, äh, ja.